ARD Text im Auftrag von Funk Das geil ist, meine Raketen an einen Feuerschaden, während ich im zu überlebenden Hälften im Leben-Modus bin. Fuck, ich hab mich selbst gekillt. Muss man denn aufs Gelände gehen, um da hochzukommen? Die Schnellreifenstation? Nein, Nico, wir müssen weiterlaufen. Hoher Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Viel Glück. Karl auf die Schnellreifensteiger steigen. Klar, Nico. Ein Raketenwerfermoni, 12 Raketenwerfermoni kostet 9000. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld. Lass weiterrennen. Ich hätte gern so einen Gleiter, weißt du? Oh, lass einfach durchrennen. Freutig. Möchte ich den nicht empfehlen. Da hinten komm ich gleich noch ein paar andere Badass-Viecher. Ja, gut. Das ist langsam merkbar in Hardcore-Modus. Ja. Ja. Aua, alles wie schnell! Alter, das ist so mega OP. Ich brauch leben, lass einen stehen. Nenn mir den Super-Stalker da. Alter, wo ist denn der? WTF? Ich hab's grad nicht geschissen, so. Vom Peilen her, wo die sind. Alter. Ich hab Super-Stalker am Arschleben. Ja? Ah, da ist der! Hebt den mal hoch. Boah, Alter. Ah, da hinten ist einer. Gut, der hat's geschluckt. Und der hat auch geschluckt. Von mir, ja. Alter. Boah, jetzt ist doch so eine Kack-Drohne, ey. Die wollen echt, die wollen uns echt ficken, ne? Ne, ich schaue, was da unten steht. Gleich nicht mehr. Bleib hier oben stehen, ich mach sie mit Korrosion weg. Da steht jetzt nicht mehr so mega viel. Alter. Alter. Hier oben ist ein Hotloader. Jo. Alter, hast du mich in der Geschwindigkeit geheilt? Ne, ich hab einen gekillt, oder? Ja, ich hab einen gekillt. Ich schwöne grad voll geil. Da drinnen kämpfen die mit den... Ja. Schleichen wir uns durch. Ich kenne lieber die Skacks. Alter. Mitro Stalker ist da. Hinter uns steht noch einer. Hinter dir steht auch noch einer. Stand. Lol. Headshot. Mit Headshot killst du sie instant. Boah, geil, Alter. Sammle 500.000 fallen gelassene Dollar. Grad eben geschafft. Ernsthaft erst? Ja, der Rest den haben wir wo... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder 5 Millionen, weiß ich nicht. Machst du wieder Party ohne mich? Frachtgut von Mondbahnen. Wenn du es schaffst, den Fluss zu durchqueren und einen Versorgungstransmitter zu stehlen, können wir Sanctuary wieder in das Schnellreisenetzwerk einspeisen. Ich versprechs. Nichts leichter als das. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hey, guck mal, da kommt Spaß auf uns zu. Wollen Sie die Eridiumkristalle spielen wollen, werden vor ihrer öffentlichen Zerlegung ihre Initiative geehrt. Was sagst du? Wir haben Freunde. Wir haben Skill. Wir haben Freunde. Oh fuck. Ja, ich krieg gerade auch hart aus dem Maul. Hol mich, hol mich, hol mich. Das ist ein Scherz. Ich bin gestorben, du Vollbock. Weißt du, wie ich kostet es halt immer so scheiß viel? Denkst du mich nicht? Ja gut, stundteile ich. Nein. Ich hätte es 29.000 gekostet. Ja, das ist das, was ich gerade habe, oder? Ne, ich habe weniger. Theoretischen Gehalt, wie alt ist das denn? Das, was du auch kriegst. Brauchst du Hilfe? Äh, ja. Fuck, das war der Falsche. Du bist doch ein Vollmongo. Töte ihn einfach mal. Ja, ich bin halt tot, du Vollmongo. Ja, sorry. Ich habe dich nicht gesehen. Ich lebe halt näher bei mir. Renne nicht so weit vor. Wenn du so weit vor rennst, kann ich auch nicht helfen. Ah, du rennst einfach gescheit. Du musst dich sehen, wo du bist und nicht helfen. Ah, kein Thema. Ich verliere kein Geld. Oh, 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 gönn dir. 800. Julian. Ja? Ich habe 800 verloren. Jetzt kommst du, die gibst du mir zurück. Ja, Leute. Alter, ich hasse diese verkackten Drohnen. Die gehen so megamässig auf den Piss, Alter. Roboter, denkt an eurem 3 Gebot. Jack ist euer Gott. Die Thrasher sind der Feind. Und beide betrachten euch als Wegwerfprodukt. Ja! Können wir jetzt weiter? Hier ist ein Kampfarchitekt. Hier kommen wir ein bisschen da hoch. Ja, hier ist ein Kampfarchitekt, der mich gekillt hat fast. Ich komm mal hoch. Mach das. Hyperion Maschinen werden dringend davon abgeraten, der Thrasher Population als Nahrung zu dienen. Ich hasse diese verkackte Drohne, ey. So, musst du mir aufs Knopf K4 drücken. Also wenn du mal im Dialekt sprichst, dann kotze ich. Na ja, das ist eine wunderbare Gärbe von mir. Ich kann da sehr viel nachmachen. Das heißt blöd. Ich kann das Mikro nicht muten. Was genau siehst, weiß ich noch nicht. Aber vielleicht sind wir irgendwo irgendwann einen Dialekt, der sie so ungefähr anhört. Oh, da kommt ein Constructor. Ah, ein Freund. Scheiße. Hey, du auch? Und wer gibt's hier so? Hm. Das Gefühl, das wird nichts. Nee, glaub ich auch nicht. Doch! Ja, Mann! Fuck! Hast du auch gesehen, ich bin gerade wieder gestorben. Ja. Wuhuuu! Faddy! Wamm, wamm! Gönn ihm, gönn ihm richtig! Ja, ich kill den schon, ich kill den schon. Ja, ist nichts Problem, ich bin tot. Ja, die schützen den Constructor gerade vor mir. Selbst wenn ich... Selbst wenn ich wollte, könnte ich dir nicht helfen. Ich lieg vor dem Constructor und die stehen da vorne dran und ich kann den nicht gut treffen. Komm schon, komm schon, komm schon! Ja, ja, ja! 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 Alter, war das knapp. Löst scheiße! Alter, der Engelhafte macht so verkackt viel Schaden! Ich helfe dir gleich, wenn ich da bin. Ja, ne, zu spät. Gegen Engelhaften... Dann warte ich oben in der Gondel auf dich. Ja, wär nicht schlecht. Phil fährt grad los. Hm, ah, ich bin drüben! Alter! Oh, bist du drüben! Ich weiß es nicht! Ich find's auch nicht geil! Stirb! Verkackter! Überleb mal kurz! Engelhafter! Ich lebe! Hinter dir ist ein Gunloader! Von mir aus! Ist jetzt weniger mein Problem! Sein Spaß, ey! Nico, können wir? Äh, warte, 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 warte! Ja, wir looten, oder? Nico, nur was Medikid drauf hier hinten. Hm, Granaten. Jo, ne? Oh, was passiert denn hier? Na, geil. Der Huon-Thrasher hat das Ding. Irgendwie mach ich im Teil keinen Schaden. Alter, und das Ding schwimmt. Schwimmt? Äh, den musst du zurückholen. Ich glaub, die war grad voll geflasht. Mach das einfach. Gut, Dylan, mach weiter so. Will, holst du mich, oder? Was machst du? Du bist ein kleiner Wichser, weißt du das? Hm. Ich hab's versucht. Ich glaube, dass wir ein kleines Problem haben. Und das kleine Problem ist gerade noch mal mit nem Schild gewachsen. Ein Schuss hat mir gefehlt, ernsthaft. Los, engelhafter Wächter. Ja, ich bin auch tot. Alter. Der ist ja fast noch schlimmer als Wilhelm. Alter. Weißt du, beim Boss sterb ich nicht? Aber so in der Scheiß-Kack-Nubi-Mission sterb ich die ganze Zeit. Joga, das ist ein Boss. Was? Das ist ein Boss. Meine Mutter ist ein Boss. Weiß nicht. Aber so ne Frage, ganz rein theoretisch. Kommt der Trasher zu uns? Keine Ahnung, werden wir gleich rausfinden. Okay. Sammelt Granaten ein, wirf dir einfach mal alle volle Rotze auf den drauf dann. Ich starb gerade die ganzen Engelhaften weg, ne? Ja, das ist mir egal. Ja, das ist Kunst. Gönn ihm, richtig! Ja, Mann! Scheiß Nachladen, hey. Alter, der hat nen Schwanz, der mich angreift. Ist das eklig. Ich doch auch. Dein Schwanz greift mich nicht an. VZ, der macht mir keinen Schaden. Weil der zu klein ist. Ich versuch mal durchzurennen und dich zu retten. Okay. Brauchst du nicht. Alter! Brauchst du Hilfe? Äh, ich überleg grad, ob ich den schaff oder nicht. Ja, ich brauch Hilfe. Oh, scheiße! Er slackt mich doch. Slackt mich doch? Ich hab keine Muni mehr. Könnt ihr den Engelhaften? Bin ich grad dabei. Du hast ihn grad gekillt, du Mungo. Na, den anderen. Komm, gönn ihn, komm, komm, gönn ihn dir. Mach ihn. Scheiße. Ja, den hole ich mir, den hole ich mir. Er ist down. Den hole ich mir. Was? Was hat mich denn jetzt getötet dann? Oh. Alter, weg hier. Julian, Julian. Mensch. Du hast nicht viel Zeit. Dank der Bergbauaktivitäten von Hyperion leiden die Einwohner dort alle unter Schädelfrost. Sie werden uns nicht stören. Geil, danke. Alter, der hat mich immer noch im Facelock, der Drecksack. Ja, ich bin weg. Ich schaffe es. Ich nicht. Ich bin schon weg. Ich renne mal, ne? Mach das, mach das. Hier schwebt ein Container. Das ist vollkommen normal. Wenigstens erschüttern die Beben seiner Bohrer die Stadt nicht mehr. Ein Silberstreif. Nicht zu fassen, dass Jack Angel die ganze Zeit über kontrolliert hat. Ey, wir machen die aber doch fällig, oder? Die Kamer geöffnet haben, nur um diesen Tracksack an die Macht zu bringen. Tja, jetzt stemmen wir fast nur, um ihm die Macht wieder zu entreißen. Schön zu wissen, dass einige Dinge sich nie ändern. Ja. Wir müssen zur teilweise Auflösung des Exos-Kellens führen. Sehr gut, sind schattig hier. Du musst Granaten. Oh, der hebt noch. Da hinten gibt's noch irgendwas. Also dieser schwebende Container? Julian? Ja? Ja. Ah, schade. Der sollte jetzt nicht runterfallen, oder? Komm mal kurz her. Womöglich nicht. Warum? Ne, kein Bock. So weit weg. Was machen? Hm, zum Questzeichen laufen? Ne, ne, ne. Sag, da hätte ich noch ne Truhe, oder so? War hier nicht mal irgendwie sowas drin, oder so? Lass doch mal, äh, umschauen, wenig. Ach so, ja gut, jetzt verstehe ich, wieso es nicht funzt. Dann alles einfach mal aufembert. Du hast schon uma Fahrer mit zweit! Sie sind die��들 Shelter und einen Vielen Dank.